Ich habe das Zeug, das ihnen das Leben rettet. So, da sind wir wieder. Und wir haben wie gesagt vorhin ja schon drüber geredet, in die Dark Zone zu gehen. Das salutiert der Alex Gladmer. Und da sind wir jetzt auch. Wir gehen jetzt wieder rein. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen erfolgreicher sind wie gestern. Und hoffen, ordentlich Loot abzugreifen. Was ja der Hauptsinn auf der Dark Zone ist. Die ist auch vorhin gesehen. Ich habe mir den Dark Zone Händler in der Basis freigeschalten. Ich weiß nicht, Alex, hast du das schon hier? Ne, ich glaube nicht. Und weil wir ja gestern hier gesehen haben, dass hier eine Kiste ist, werden wir gleich mal hinlaufen. Und der hat ein erweitertes Magazin, da hätte ich schon relativ Bock drauf. Was hat der? Ein erweitertes Magazin mit ich glaube fast über 40% Magazin Größe. Okay. Das wäre halt schon richtig geil. Die Kiste ist leider schon offen gewesen. Warte mal kurz, ich wollte meinen Scan Impuls umstellen, den habe ich doch jetzt auch freigeschalten. Ist mir gerade eingefallen, das wollte ich vorher noch machen. Das Problem ist, ich glaube die stacken nicht. Also sprich, wenn wir einen Scan Impuls benutzen, ich weiß nicht welchen willst du nur nehmen. Ich muss gerade schauen, wie ich auf die Modifikation rüberkomme. Mit Viereck. Ah, danke. Was hast du für einen drauf? Ich habe den mit mehr Schaden, also der dritte. Den dritten Impulsbeschützten Anwender und alle Verbündeten Feindliche. Den vierten hast du dann, oder? Den vorletzten. Der Schaden erhöht sich beim Angriff auf Feindlich. Ja, der erste ist der Basis mit Modifikation. Taktischer Scanner. Dann mache ich... Ich weiß nicht, ob die stacken. Dann mache ich das. Behälter mit Beutel. Ich mache den ersten mit zusätzlichen Behälter und Beutel in der Nähe ausfindig machen. Okay. Ich muss mal jetzt ausprobieren, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ähm... Aber ist egal, also... Wir gucken ja jetzt erstmal nur ein bisschen. Hier war... Glaube ich diese Level 30 Kiste. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Ja, so. Die 30 Kiste, die brauchen wir nicht, bzw. die können wir noch nicht aufmachen. Wie ihr seht, Rang 9 geht am Anfang recht schnell. Die haben wir eigentlich nicht lange gebraucht. Nein, natürlich. So. Hier ist... Ach, hier ist der Ausgang. Ich glaube, hier entlang waren die Gegner, ne? Ah... Ja, doch. Da vorne ist... Turm. Links ist eine Kiste. Können wir mal gucken. Ne... Ne... Wahrzeichen war das, sorry. Das ist... Mal hier mit den unsichtbaren Wänden. Keine Bedrohung. Na, jetzt sagen wir doch mal hier rechts rein. So, heute ist... Heute ist grad bisschen mau. Wenn ich überlege, gestern sind wir reingelaufen und hatten einen Inhalt von... gefühlt. Das heißt... Äh... Ganz ruhig, ganz ruhig. Ruhig, Brauner. Aber wir haben unseren ersten Online-Player. Hm... Das war... Das hat gestern länger gedauert, ne? Na gut, wir waren gestern auch ein bisschen weiter hinten in der Zeit. Zum Beispiel voraus. Ja, okay, aber jetzt... Äh... So viel Unterschied ist zu gestern auch nicht, ne? Da ist die... Da ist die Tankstelle. Dann gehen wir doch da mal hin. Weißt du, wo wir auch hingehen könnten? Kenn ich noch aus der Beta. Oh. Wieder zwei. Ja, ich hoffe. Wir sind gar nicht. Äh... Die sehen wahrscheinlich eh... Die haben eh nix einstecken grad. Naja, deswegen. Aber es wären zumindest EP, die sie abgreifen könnten. Ja, das ist richtig. Achtung, dass ich jetzt gegen... Aber warte mal. Warte mal, warte mal. Wenn die jetzt Bergung holen, dann kommen doch da eh Gegner. Ja, da hinten sind zwei... Könnten wir uns das ja zunutzen. Naja... Lass mal hier hochgehen. Hier rechts. Ach ne, doch, hier rechts. Aufs Dach. Denn die Gegner spawnen, stehen wir direkt dahinter. Ist zwar fies, aber es sind ja nur NPCs, ne? Eben. Ich bin jetzt mal gespannt, ey. Ich bin jetzt mal gespannt, ey. Was ist da hinten? Mhm. Irgendwie kommt da nix, ne? Doch da... Doch da unten. Oh oh. Ihr Idioten, wir wollen euch ja nicht helfen. Das ist da ja auch. Die haben uns voll geleitet. Die macht jetzt auch die Distanz nicht den Schaden. Die sind ziemlich präzile eigentlich. Die sind präzile braun. Mhm. Aber die macht halt auf die Distanz so gut wie null Schaden, ne? Ja, jetzt nicht. Vielleicht gleich zur... zur Star. Vorher. Wie gesagt, das ist eine SMG. Ich bin eigentlich eher der... der... der Sturmgewehr Typ. Komm, wir gehen mal runter. Schau uns das Spektakel mal von unten an. Hier, schön mal den Arsch in den Kopf. Rechts. Das kommt dann mal herbezogen. Fallen gelassen haben sie aber nix, ne? Mhm. Bisschen Darkshornwärmung. Die ist aber wichtig. Die ist wichtig. Gerade wenn ich mir jetzt mal an... an... an mein Magazin denke. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Die gab's nur... was zum Anziehen. Aber wenn die jetzt kommen... ...gebe ich das gleich ab. Wobei das nimmt gar keinen Inventarplatz weg, oder? Doch, 1 und 7. Willst du gleich abgeben oder was? Ja, dann ist es weg. Also... Dann hab ich noch... ...nen kompletten Tank frei. Ein paar Sekunden können wir warten. Ist nicht das Problem. Achja... Das dachte ich schon, ey. Hast du auch grad gedacht, ne? Was zündet denn der da jetzt? Ich glaub da kommt was. Wolltest du mal einen Scannen? Na klar. Na schön. Da hinten sind... Drüben auf dem Dach. Warte. Sniper. Hm... Der hat mir grad eine abgekommt. Der hat mir grad eine gewischt. Der hat mir grad eine gewischt. Die bleibt da. Wir können es jetzt an Bord holen. Ah, ich hab eine richtig beschissene Position, ey. 15 Sekunden. Ah, guck mal hier, alle mit dem Schild. Oh, ein schicken Parker. Ja. Vorsicht, wenn die die eine gibt, ne? Gut. Hast du was zum Abgehen? Ne, ne? Na ja, nicht wirklich. Gut. Ey. Also, die Kollisionsabfrage manchmal ist ein bisschen komisch bei dem Spiel. Muss ich schon sagen. Also... Kannst du die anderen zwei ja nicht aufreden? Ja, ja, ja. Ich hab zwar nicht genau verstanden, was sie gesagt haben. Aber... Ich hab's gehört. Lass mal hier lang gehen. DC02. 13 bis 15. Schwer. Okay. Alter. Ne. Quatsch. Quatsch. Nicht da lang. Ich wollt... Ich wollt hier rüber. Warte mal. Ich setz mal einen Wegpunkt zum Wahrzeichen. Aber da gehen wir unten rum. Nicht oben rum. Fahrzeichenblockade. Das war... Ne. Ich suche eigentlich... Weißt du was ich suche? Äh, aus der Beta noch? Dieser Bereich mit den Cleanern. Kannst du dich erinnern? Boah, der war irgendwo ganz hinten. Ja. Den suche ich. Äh. Mir wird blauer Lut angezeigt. Was dir hat der Lut angezeigt? Ja, wir sind auf der Minimap. Ui. Wart's grad mal? Oh oh. Da oben. Über uns. Alter. Ist das jetzt dein scheiß Ernst? Na ne, ich komm hoch. Ich hab dich. Na ich komm runter. Ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich. Ja, ich hab dich. Danke. Weck dich, weck dich, weck dich. Kriegen langsam Anzeige. Äh, man merkt schon, wir machen mehr Schaden, ne? Na. Ähm. Buckshot? Ich glaube da drüben ist ein Boss. Alter, ich krieg's hier ständig ab. Ja, das ist ein Sniper. Ja, ist halt ein bisschen ungünstig. Ich hab nämlich keinerlei V4-Vorrichtung. Wir dürfen uns jetzt nur nicht wieder so einen Spaß haben, wie gestern, dass uns einer den Rücken fällt. Also, dass hier Gegner uns im Rücken fallen, das brauch ich echt nicht. Ja, da ist ein Boss, definitiv da ist ein Boss. Siehst du den? Geh mit Bedacht vor, immer schön vorsichtig. Der rechts geht mir, kommt mir so umsat. Ich hab den links im V4, den Sniper. Ein, dos auf mich, nicht aus Tapi. Ja, das ist das, was ich schon見て. Also, ein Sniper ist ein B Zakkonk три. Ja. Und da? Die haben es in sich, ne? Hä? Ganz in sich, hab ich gesagt. Soll ich das Medipack sonst benutzen? Scheiße. Aber ich hab den gleich down links. Geh ein Stück vor, ich geh ein Stück vor. Boah, endlich. Leider hat fast 300 Schuss grafiert, ey. Die verteilen sich. Boah. Hast du... Wo bist du denn mal? Wo bist du denn? Scheiße. Bleib das Wixen. Boah. Jetzt hat es mich selber gewischt. Ich hab hier ne echt gute Position an sich. Die nächste gewischt wird echt... Ey, Wahnsinn. Bleib entdecken. Wir müssen Druck machen. Der eine geht hoch. noch 25 schuss der ist weg der unterste sagen wir noch den oben alle hinter uns hinter uns mani normale gegner ab ich habe den boss ich habe ich komm hier hin da komm hier hin da komm hier hin da komm hier hin jetzt schießen die anderen auf mich an sind die behindert das sind zwei andere spieler die glaube ich gerade ein bisschen stress wollen alter so viel blaues loot ich muss das weg bringen ja ich auch nein meine meine waffe ist leer ja laber nicht alter sind wir gerade ein bisschen zu viele ich gehe mal hier hinten durch komm mit hier ist der kitzel ich hatte darkzone schlüssel und ich wusste es nicht wir müssen zu einer abholzone unbedingt mir ist das gerade mit den mit den vierer gespannt nach vorne ist mir das echt ein bisschen zu knapp ja guck mal auf die map und markier was vor allem ich habe eigentlich eigentlich echt gute dinge die ich gerne behalten würde ja ich auch ich habe eine skal noch mal gefunden habe ich gerade gesehen die war in der kiste ok naja ich habe irgendwie fünf handschuhe wenn das da wieder gegner sind ja ja ich überlege wir könnten aber warte mal wenn ich jetzt hier lange rennen ok scheiße auf um die ecke ok agent ich nähere mich ihrer position da ist wieder ein sniper auf dem dach hast du ein ding ja komm mal ja ja hopp nicht irgendwo hin wo ist es nur neben mir dankeschön ich stelle mich mal da her da kriegt der sniper mich nicht voll krass meine ganze munition für die dinge ist weg ne alter sniper unten auf der straße sniper auf der straße alter alter ich muss nachladen ich muss nachladen alter die kommen gerade von ja ja moment hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir sehr gut nicht mehr verkaufen die diese nicht mehr wir haben das Warte mal, bleib da. Puh. Du hast keine Munition mehr, ne? Na, ich hab auf der Skl hab ich noch. Alter. Scheiße, ich hab keinen Medi-Pack mehr. Kann mich auch grad nicht selber heilen. Na, ich geh mal da rein. Lass uns von hinten anbauen. Von der hinteren Tab. Soll ich das beste, was wir grad machen können. Ich hab jetzt überwiegend nur Handschuhe eingesammelt. Oh, kurz mal verschnaufen. Also ich hab zwei Waffen rausgeholt. Ich hab, glaub ich, zwei Skl-Lit sogar. Puh. Das war ganz ordentlich. Waffen hatte ich keine, aber dafür Handschuhe wie Sau. Und ein Magazin im Blau ist. Hm. Guck mal, ob hier noch was licht. Ich guck grad mal, ob ich einen Darkzone-Schlüssel hab. Ne. Ah, wo kriegst du das angezeigt? Ne, ist ne Kiste. Die Kamera auch aufmachen. MP5A4. Feuerschlussautomatik. Das ist geil. Ja gut, was du nicht brauchst, wird sowieso verbraucht von da. Ne, nicht nur das. Wenn ich jetzt was Besseres find, bevor ich abgehe, ne. Dann hab ich das jetzt die ganze Zeit so gemacht, dann zerleg ich das. Alter. Ich markiere jetzt mal einen Wegpunkt circa dahin, wo ich gemeint hab. Wo wir hinwollten. Der freundlich noch. Ich bin wieder Richtung Abholpunkt gegangen, weil ich würd jetzt gern noch den blauen Loot da schnell abgreifen. Der für mich da liegt. Aber warte mal, ich versuch den einfach mal so schnell. Abzuziehen. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Dark Zone Rang 10. Dann hab ich da noch mehr Blau-Aus-Zoll. Ja, deswegen. Ich nehm das jetzt noch mit. Boah, Gegner. Jawoll. Ach, das war der Schrottplatz hier. So spielen die Deutschen. Ja, nur die Deutschen spielen so, Alex. Die Deutschen spielen so. Die Deutschen. Ich hab heute erst irgendwo in Facebook gelesen, anhand einer, wie einer spielt, erkennst du seine Nationalität. Ach so. So, wollen wir nochmal abgeben, oder wie, oder wo? Also, wie viel Platz hast du noch? Äh, keine Ahnung. Warte. Auf einen. Also, ich markiere den Abholbereich, okay? Ja. Und dann geben wir ab. Und dann geben wir nochmal da hoch. Ich will unbedingt da hoch, wo die Cleaner waren. Weil da gab's eigentlich... Ich mein, ich weiß jetzt, sind die Kisten auch auf 30 gestellt worden, vom Level her. Also, vom Rang her. Ähm, aber da gab's auf jeden Fall eine Darkzone-Truhe. Wenn's die dann noch gibt. Aber es ist gerade... Ey, die Sichtverhältnisse sind gerade richtig mies. Es ist gerade schon übel, deswegen bleib ich irgendwie immer in der Nähe von Autos und so. Äh, echt heftig. Da vorne sind welche. Da kommt was, ja. Alter, eins. Alter. Das ist ein dicker. Das ist ein dicker. Nee, komm, lass gut sein. Nee, warum? Alter. Ja, lass mal zurücklaufen, lass mal zurücklaufen. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Die haben dich gesehen. Alter, was? Vor allem, du siehst halt gerade nichts, ne? Ja, ich seh nur noch. Der Dicke ist dann weg. Ja, ich seh. Ich lad grad noch. Der Dicke ist weg. Gut. Alter, alter, alter. Auch ne Heidung raus. Jawohl. Ey, du siehst die Hand vor Augen nicht mehr. Lass mal zurückziehen. Die haben einen Vorteil, die sehen uns, wir siehen aber nicht. Rechts ist weg. Jawohl. Die sehen aber uns auch nicht richtig, ne? Naja, aber besser als wir die. So, das ist grünes Loot. Das will ich sowieso nicht. Den blauen will ich. Was? Blaues? Ne, krieg ich nix. Ja, bei dem Dicken war was Blaues dabei gelegen bei mir. Ne, bei mir nicht. Wir laufen jetzt nämlich genau auf die Dicke. Leitungs-Mod. Wir laufen jetzt genau auf die Abholzone zu. Das sind noch mehr. Das sind schon wieder drei Stück. Ja, warte mal. Warte mal. Die Links, Achtung, warte. Achtung, wir kommen rechts Nahkämpfer. Ich hab keine Munition mehr. Boah, Alter, wo kommt denn... Boah. Komm her, komm her. Ich hab keine Munition mehr, ey. Ich würde ja gerne mal eine Waffe geben, aber... Ich bin gerade eigentlich fast im Arsch. Kommt ein Abtrüniger. Kommt schon weg. Ich seh den Typ mal woher nicht. Der hat ihn gescannt. Was ist das? Oh. Es ist weg. Oh, no. Hier, Alex. Ja, das war auch so mal eine Idee. Wir müssen nur unseren... Mein Heal ist fertig anerrücken. Hab ich dich mit erwischt? Ja. Ich hatte eh voll. Hinter uns drei Stück. Aber die... Oh, die kommt. Digger Bello. Scheiße. Ja, okay. Achtung, der kommt, der kommt. Kommt direkt zu uns. Helikopter im Anflug. Bewegt dich, bewegt dich, bewegt dich da weg, bewegt dich da weg. Komm zu mir, kommt zu mir. Jo. Also wir müssten dann aber definitiv mal rausgehen. Wir müssen auch laden. Weil ich hab null Munition. Ich hab auch nichts mehr. Null. Ich hab auch nichts mehr. Ich hab jetzt noch 91 Schuss. Ich hab jetzt für die noch 140 knapp. Na, ich hab 30 im Magazin und 61 Reserve. Aber wir können... Ey, wir greifen grad richtig gut ab, Alex. Wir greifen grad richtig... Mega, ey. Jetzt geht mal den Scheiß ab, dann würde ich sagen, laufe mal schnell Ausgang. Achtung. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Na, ich bin da. Und abgeben. Okay, komm her, komm her, komm her. Wir können es jetzt an Baut holen. Markieren Ausgang.